Gute Morgen! Freitag, der 5. Mai. Und wir fahren das erste Mal übers Wochenende weg. Aha, da braucht es gleich einen Rutscher nach Slowenien. Das Wetter schaut gut aus, es hat 14 Grad. Ideal, bis später. Das Wetter schaut gut aus. Das ist ein Rutscher nach dem Zeitpunkt. Das ist ein Rutscher. 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 Schlafen wir noch jetzt gelaufen und sind da entspannt? Nein, nein, nein. So ein Brötterl haben wir überhaupt. Ja, weiter gehen, oder? Ja, das sieht man nicht aus. Ja, das sieht man nicht aus. Ja, das sieht aus. Ja, nein, nein! Da, ja, das sieht man aus. Das, drehen Sie uns leicht. Kanada 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 Das ist wirklich cool, oder? Ja, mega. 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 Ja, mega.